Auf dem Bild ist das Außen. Auf dem Bild ist das auch aus der Schwarz. 25 Kraulen Abschlag, 25 nochmal, 25 Kraulen Abschlag, 25 nochmal. Also ich war nie im Schwimmverein oder so. Kraulen habe ich mir selber beigebracht mit YouTube auf dem Buch. Gruselig. Wenn mir jemand gesagt hätte, es sind noch ein paar Wochen hin und dann schwimmst du durch die Alster, würde ich sagen. Das ist Blödsinn, das würde nicht passieren. Ja, Vollanfänger. Also wenn ich beim Hamburg Triathlon ins Ziel laufe, dann wird das sein wie Geburtstag und Weihnachten und also nicht alles zusammen. Also hier fängt Triathlon an, dann geht Triathlon weiter mit meinen hübschen Radschuhen. Das ist Daniel. Mein Macker. Ich bin müde, ich will schlafen. Ich bin total fertig. Krass, was du leistest heute und die ganze Woche, das heißt heute Abend kannst du saufen gehen. Also wenn ich ins Wasser gehe, ist es immer gleich, weil ich habe immer Angst vor Wasser. Da gibt es schon was, das habe ich zum Teil verdrängt. Ich denke auch, wir sind bekloppt. Ich glaube, das ist auch das, was ich brauche im Gegenzug, dass ich eben ganz, ganz viel für andere mache. Und in dem Fall kann ich einmal egoistisch sein. Das ist in meinem Sport. Gehörst du dir auch wirklich noch vom Alter her oder hast du dir da zu viel Zugang getätzt? Ich dachte ja, komm Radfahren, das geht schon irgendwie. Nee, ging gar nicht. Ja, also Spaß ist was anderes. Die Maschine sitzt halt oben drauf. Ich freue mich auch, wenn es vorbei ist. Es wird ganz, ganz, ganz toll. Und jetzt gehe ich da rein und mache das Rennen meines Lebens. Im Moment bin ich noch skeptisch. Ja, ob ich das überhaupt schaffen werde. Ich würde mir für mich wünschen, dass das Wasser irgendwann nicht mehr der Feind für mich ist. Vielleicht hilft mir das. Es muss einfach sein. Ich bin da nicht mehr. Ich bin da nicht mehr.